Hey und willkommen zu einem neuen Review. Diesmal geht es um eine 55 Zoll 4K LCD Fernseher von Sony mit Android TV. Wie er sich in meinem Test geschlagen hat und welche Features er mit sich bringt, das erfahrt ihr in diesem Video. Es handelt sich um ein Modell aus der XF90 Serie, welches 2018 von Sony auf den Markt gebracht wurde. In meinem Fall nutze ich die 55 Zoll Variante. Es gibt aber auch noch folgende andere. 49 Zoll, 65 Zoll und 75 Zoll. Optisch kommt der Fernseher in einem sehr schlichten, aber sehr hochwertigen und schicken Design. Wahlweise kann man den Fernseher auch an der Wand befestigen oder auf die mitgelieferten Standfüße zurückgreifen. Ich kann euch gerne meine Wandhalterung mal in der Videobeschreibung verlinken. Zur technischen Ausstattung des TVs zählt zum einen ein Twin-Tuner, WLAN und Bluetooth, eine USB-Aufnahmefunktion und auch Miracast. Sehr praktisch ist es bereits ein Chromecast integriert, der es einem möglich macht, Inhalte von zum Beispiel einem Smartphone auf dem Fernseher wiedergeben zu lassen. Der Fernseher kommt mit Android 7 TV als Betriebssystem und der Google Sprachfunktion. Durch den Google Play Store hat man hier auch wirklich eine sehr große Anzahl von Apps, auf die man zurückgreifen kann. Hier gibt es auch direkt eine Taste auf der Fernbedienung. Diese selbst ist übrigens sehr klassisch aufgebaut, die Tasten lassen sich auch sehr angenehm bedienen. Kommen wir nun zum wichtigsten Punkt beim Fernseher und das ist natürlich die Bildqualität an sich. Der Fernseher hat eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln, sprich Ultra HD und HDR ist ebenfalls an Bord. Direkt nach den ersten Minuten wird einem klar, dass es sich beim XF90 um einen hochwertigen LCD-Fernseher handelt, denn die Farben, der Kontrast und vor allem der Schwarzwert sind ausgesprochen gut dargestellt. Hierzu kommt auch das Local Dimming zum Tragen, denn der Fernseher wird vollflächig von LEDs beleuchtet und in bestimmten Bildbereichen wird eine Helligkeitsregulierung für ein besseres Ergebnis durchgeführt. Sehr gut gefallen hat mir zum einen auch die Bewegtbilddarstellung, denn ein Ruckeln oder Nachziehen konnte ich hierbei nicht feststellen. Für richtig Spaß macht es natürlich 4K-Filme mit HDR anzuschauen. Denn der TV kommt mit HDR10 und mit dem X1 Extreme Prozessor, wie Sony nennt, werden HDR-Inhalte sogar noch etwas optimiert und Details betont, welche sonst kaum wahrnehmbar wären. Hier empfiehlt es sich auf jeden Fall auch noch ein bisschen in den Einstellungen zu gucken und etwas in den Settings herumzuspielen. Die Blickwinkel hingegen könnten auch etwas besser sein, denn wer seitlich hier vom Fernseher sitzt, sieht ein minimal entsättigtes Bild und auch etwas ausgeblichene Farben. Kommen wir nun zum Sound. Als in allem bekommt man ein wirklich rundes Soundpaket. Die Bässe und Höhen können aber noch etwas prägnanter und kräftiger sein. Ich selbst nutze in Verbindung mit dem Fernseher eine Soundbar von Sony. Der Klang ist nochmal ein ganz anderes Level. Wenn ihr das Video sehen möchtet, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Sobald es online ist, habe ich es verlinkt. Anschlusstechnisch bekommt man dem TV auch einiges. Insgesamt vier HDMI 2.0-Ports, einen optischen Audio- sowie Kopfhöreranschluss, drei USB-Ports und Satellitenanschluss-Ports sowie einen LAN-Anschluss. Kommen wir nun zum Fazit. Alles in allem bekommt man einen rundum gelungenen 4K HDR LCD-Fernseher mit einem schicken Design und einem ansprechenden Bild sowie einer soliden Ausstattung. Lediglich, der Sound könnte in Bezug auf Bass und Höhen etwas kräftiger sein. Preislich liegt der Fernseher gerade bei 1300 Euro und dafür bekommt man auf jeden Fall sehr viel geboten. Das war es auch schon wieder von diesem Review. Wenn ihr weitere TV-Modelle sehen möchtet, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei und lasst unten ein Abo da sowie gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, macht es gut, ciao! Ciao!